Es ist schon extrem krass, je näher dieses Spiel rückt, desto aufgeregter ist man. Wir freuen uns extrem. Das wird das Highlight unseres Lebens. Ich komme von einem ganz kleinen Dorfverein und als ich zum Glück gewechselt bin, war es für mich schon eine Ehre, allein für den Namen, für den 1. FCM zu spielen. Dass wir jetzt das Privileg haben, im Stadion spielen zu dürfen, dass auch so viele Zuschauer einfach kommen möchten und Interesse haben, uns zuzuschauen. Damit hätten wir niemals gerechnet. Das ist einfach nur eine Ehre für uns. Jetzt dann nächsten Sonntag aufzulaufen gegen einen der größten Vereine der Welt, kann man so sagen, im Frauenfußball. Ja, da geht einfach für uns alle ein Traum in Erfüllung. Das Wichtigste für mich bzw. für die ganze Mannschaft ist eigentlich, dass die Zuschauer nach dem Spiel Stadion verlassen und sagen, wow, was war das für ein Spiel. Das war beeindruckend, was sie geliefert haben auf dem Platz, was für eine Leidenschaft die gezeigt haben. Egal ob ihr Fußball begeistert seid oder nicht, das wird auf jeden Fall ein riesiges Highlight für uns und ich denke mal auch für die Stadionbesucherinnen und Besucher. Von daher, wer noch kein Ticket hat, bitte kauft euch eins. Wir sind auf euren Support angewiesen, wir freuen uns auf euch. Wir haben einfach mega Bock. Kommt ins Stadion und gebt Gas. いうこと, wir lieben uns. Frohesstaus€